Hey, hey ho, ihr Racker. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Weiter geht's. Krass. Ja, gehen wir weiter oder was machen wir? Hallo? Hä? Hallo, wie geht's denn jetzt hier weiter? Also, wenn ich jetzt den drücke, gehe ich langsam, drücke ich hier nochmal, gehe ich schnell. Ah, okay. Strong war das. Okay. Hier müssen wir irgendwie hoch anscheinend, diesen Fels vorstehen. So? Äh, ja. Hä? Hier müssen wir uns entlang schwingen. Auf jeden Fall. Okay. Nein, 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 nein! Und, äh, deine anderen fantastischen Funde, die, die ich verpasst hab? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Hm. Wie ärgerlich. Ich hab Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeig ich sie dir. Du hast Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Warte mal gerade. Da unten müssen wir entlang. Hier ist nichts zum hochklettern. Okay. Duft, da falle ich runter, auf jeden Fall. Hä? Äh, halte ich für verrückt, aber wo muss ich denn hin? Hä? 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 Schön wär's. Elena hat ab und zu gefehlt, aber die Kamera ist hinüber. Wie ärgerlich. Die muss denn jetzt hier hin? Die Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Oh Mensch mal. Ich darf mal auf diese Platte gehen hier. Hä? Hä? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier gar nichts. Wo muss ich denn hin? Hä? Da ist das zum Greifen. Siehst du das? Da ist das zum Greifen. Aber wie komme ich denn da hin? Hä? Ja, ich sehe nichts. Tut mir leid. Ehrlich. Ich weiß es nicht. Warte mal. Hier war doch irgendwie. Steuerung. Springen. Integrieren. Warte mal. Ich komme gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Hahaha. Okay. Ich musste gucken. Es tut mir leid. Weil ich habe gedacht, ich könnte da entlang. Aber man ist ja doof. Man muss hier entlang. Und dann hier hoch. Ja. Ja. So. Okay. Das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Gefährlich gut. Ja. Ja. Geht schon. Geht schon. Okay. Ey. Sehr geil. Sehr geil. Ha. Krass. Ich habe. Ich habe gedacht. Was ist das? Ich musste echt gucken. Da liegen die gar nicht anders. Naja. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Uh. Seil hochklettern. Wahr. Hahaha. Ah. Oh. 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 Kein Punkt. Oh. Wenn ich. Das ist wenn ich Pause mache. Da macht er was. Das ist leider das Problem. Ähm, ja. Das hat jetzt mit mir zu tun. Das hat jetzt mit zu tun, da ich die Falltaste benutzen muss, wenn ich Pause mache. Ähm, da muss ich mir auch was anderes überlegen. Gut. Wie kletzt man jetzt hoch? Hallo. Hä? Wie kletter ich denn jetzt hoch? Oh, dass er runterfällt. Oder? Wer lässt er los? Oh Gott. Kann immer alles so einfach sein. Kuh halten und hochklettern. Ah, ey. Das würde Kuh. Danke. Ähm, Nathan. Nathan. Was? Oh, er. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Die 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lange ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja. Was das angeht. Was? Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben's aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen rum. Okay, okay. Aber wir müssten sie nur ablenken. Wie? Wie, ähm... Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als werdet ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden her? Lüftungssystem, Strom, das hier, da oben. Wir klettern einfach da rauf, kappen das Licht... ...und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht dran. Scusate, Signore. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Mein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stelle den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschenlieb. Du gehst nach unten und bellst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Liegt bestimmt am Weg an, Lees. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles Himmel. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Das kann ich nicht so machen. Wow. Wir sind mit der Ruhe, ne? Ja, guckt man sich hier ein bisschen um. Welcome, being welcome. Wir sind mit der Ruhe, ne? Natürlich spielen Sie dummer europäischen Techno. Ich dispiace. Man kennt das Lied doch. Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, ja, Taschendiebstahl. Huah, huah, huah. Habt ihr gesehen? Keycard, hinten links. Ich bin dran. Woah, woah, woah. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Gut. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ich hab's noch gar nicht. Ich hab's noch gar nicht. Ah, okay, okay. Der hatte Zweifel. Zutreten nur für Unbefugte. Okay. Okay, dann weiter. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut, versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schiefgehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi Victor. Hallo Nadine. Schön dich wieder zu sehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. Im Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja. Du weißt ja wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühl mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte grad zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit nem Eiswürfchen. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Ähm, Coastline? Shawline. Ja. Auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man's auch sagen. Zum Glück scheinen sie nicht nachtragend zu sein. Ich wär dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du, äh, krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ah, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles am Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarkt-Auktionen. Aber haben wir auch einen DJ? Ja. 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 Okay. Ich geh weiter. Ich geh weiter. Was zum Hecker ist das? Das Tor war nicht auf dem Aupel. Abgeschlossen. Klar. Okay. Na, nee. Na, geht's los. Da oben sind Lüftungsschichte. Nathan, schau dir das mal. Na bitte. Das wäre der Licht. Oder? Auch nicht. Du wirst Kenneth. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer, weil man wegrennen muss. Oh, Mann. Dämpfen hier drin, werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcázar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Gut gemacht. War ich eigentlich rein zufällig, dass ich da hinten hängelangelaufen bin? Oh, ey, vielleicht. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich hab schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der wird sich aus allem herausreden. Na, geht doch. Das ist noch gerade vorbei. Hier entlang. Komm mal mit. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Hier. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halt das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Okay, dann mal auf. Okay, hier. Egal, alles ist außer, was? Und staubiger. Okay, wir gehen mal weiter. Das war dieser Klassen. Hier ist es nicht gut. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Das sind ein paar kleine Recherchen, die ich jetzt hierherum. Achem. Hey, Ush. Es ist Luftwirkung. Prozent ich guck mal da siehst du das Gebäude mit dem Funkturm Mobilfunkmast das ist der Maschinen ja du hast recht, mal sehen wie wir durchs Tor kommen Sam, da oben, ich helf dir hoch alles klar okay gut dass du in Form bist hier, bitte Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zur Maschine wie sieht's aus? Sully? bist du da? hier ist bestimmt kein Empfang hoffentlich geht's ihm gut Bingo da ist die Küche und natürlich verschlossen Sam, hier vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche gute Idee ich helf dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter gut okay ja Hast du's? Vorsicht, Vorsicht. Buonasera. Ma que sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Herrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wen Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bauern. Also, ist noch hoch. Ist los. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Äh, ja? Ähm... Nächste Frage. Nächste Frage. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Das war's wieder. Ha, für heute. Mit, äh, Alchatti. Teats end. Bis zum nächsten Mal. Euer Teil. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Ein Like. Abonnieren. Kommentieren. Teilen. Und, ja. Und danke fürs Zugucken. Und ich hoffe, dass ich nicht so sehr fehle. Oh, um Gottes Willen. Naja. Aha. Ich glaube, wir müssen weiter hier hoch. Das sind wieder so Stangen. Ja. Danke. Ciao. MedV. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Dann.